Olli und ich kämpfen ja in der Lebensphase, wo wir um jedes Haar kämpfen. Ganz ehrlich. Ich kenne ja sozusagen meine Familie, ich kenne die Herkunft. Ich war jetzt nochmal auf dem Bauernhof, wo meine Mutter herkommt, habe mir das mal angeguckt, da hat keiner mehr ein Haar. Also ich denke, das ist so die Erklärung dafür. Aber ich habe hier eben einen Tipp gekriegt in der Maske. Ich soll Rosmarinwurzeln auskochen und dann diesen Sud. Nein, nicht kleben oder was? Nein, das habe ich nicht. Und dann soll ich jeden Morgen diesen Sud, den wir zusammen dann auskochen in Hamburg, sollen wir morgens einmassieren und ich massiere bei der Arzt. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Bringt es was?